So wie der ausschaut. Ich mein, jetzt wenn wir die Mission jetzt... Ach, nicht? Jetzt wenn wir die Mission jetzt wieder verkacken würden, darf ich nochmal eine runde Panzerfahrer. Was daher? Ich kann nur gewinnen. It's a win-win situation. Und es ist eine win-win Situation. Der macht's aber nicht mehr nach. Der macht's aber nicht mehr nach. Yusuf, Bro. Where you at, man? Over here, man! Up here, motherfucker! Shit! Stand back when I pick this thing up! Okay, man. Thanks for everything, Bro. You're a fucking Diamond. Don't mention it. Oh mein Gott, der Typ ist doch nicht mehr ganz bei Trost. Das ist nicht lustig. Das ist offensiv und unfassbar. Where you wanna go, man? Ich geh mal noch mal zu Mori und guck mal, ob er uns noch ein bisschen, äh, Arbeit geben kann. Hey, don't worry with the window. He's gonna get beat up outside the Hardware-Megastore now. This ain't checkers. What's the type of thing? Hey, hey, Lou! Come on in! Hang on one second. Checkmate. See ya! Little Thicko, never went to college. I never got into an Ivy League School. I got into two! Yeah, yeah, yeah. Come on, let's get out of here. Oh, Brucie. Oh, Brucie. Ach, du hast ihn wieder reparieren lassen. Gut. Also, das heißt, du hast eine gute Versicherung. Oh, super. Oh, super. Oh, my God. So, I got a proposition for you, Louie. It's Louise, bro. You don't pay little Louise if I wanted to be. You still owe me money, so you're still my bitch. Man, Tony, you owe me, bro. They can be hang out with this jackass. Now, listen to me. I got a wager. I ain't having no monster measuring contest, bro. I keep telling you, I ain't into that creepy shit. No! My jackhammer would crush the shit out of you, bitch. Oh, my God. No, 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 no. I'm talking a fair bet. Calculated risk. What's on the line, then? You terrifyingly insecure, did you? Well, how about everything Tony owes me? And I promise to get out of your life if you win. Yeah, that sounds too good to be true, bro. What happens if I lose? I get everything. You're rolling with me full time, Andre. Buddies for life. All or nothing, eh? Heavenly peace? For a lifetime of being tortured by some hellish imp. Shit is tough. Calculated risk. What are you gonna do? Okay. So what are we betting on? It's a race, you fucking pussy. All around the city. Only for serious high rollercats. Choppers, boats, cars, and then everything in between. So all I gotta do is win that? And you out of our lives? In theory, yes. But that ain't gonna happen, talk. Cause I never lost to nothing in my own life. Maybe that's because I had a brother as pathetic as little B. Or maybe it is because I am the SHIT, bitch. Yeah, you sit alright. Now if you win, which you won't, you just gotta help me with one more thing. And then all your contractual obligations are released. Okay, here's to that. Get off the road, you fucks! Okay, here's to that. It's gonna be this easy, Lopez! Yo, them little legs of yours, they're gonna carry you too fast. Ah, toll. What's going on now? You have all been provided. Parachutes, boats, cars. You will be airlifted to the start where you will race from one vehicle to the next. The first person to make it to the finish in Middle Park is the winner. Are you ready? Fuck yeah! Hey, I'm racing an orange midget. Why wouldn't I be ready? Three, two, one, go! Alles klar. Steig in ein Boot. Das ist eins von denen da hinten wahrscheinlich. Aber ich find's sehr interessant, wie weit Moby weg ist. Warum zum Teufel hab ich jetzt gerade Frame einbußen? Komm schon. Mach hinne. Wir nehmen nicht das Boot, wir nehmen das da. Und bitte keine Frame einbußen mehr. Und bitte keine Frame einbußen mehr. Wow. Ja, richtig anspruchsvoll. Oh, what the fuck? Einen Augenblick bitte, Leute. Okay, alles klar. Ich hab jetzt mal ganz gut gesagt. Also, die Lags kommen von dem Spiel. Also, nichts, weil ich jetzt hier gerade aufnehme. Also, ich weiß nicht, woran es geht. Und ich entschuldige mich das dafür, dass ich mich gerade echt so umgeziehe. Es ist auf jeden Fall nicht die Regel. Also, jeder, der mal einen anderen Kini ja viel Videos sieht oder gesehen hat, weiß, dass das eigentlich nicht die Regel ist. Also, irgendwas hat das Spiel gerade wieder an Krankheiten. Ich hab keine Ahnung, was geht da. Aber interessant, dass uns hier wieder nur ein bisschen Boot fahren dürfen. Das ist auch nicht wirklich schwer, soll ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, schwer ist anders. Also, eine Menge versenkter Schiffe. Also, ich hab so wirklich an erfolgreich Schiffe versenken gespielt. Aber ich finde es gut, dass ich hier ein bisschen Toleranz mit reingebracht habe. Eine höhere, größere Toleranz als die Checkpoints angelegt habe. Bei einer jüngeren White City, da muss man wirklich mindestens den Checkpoint streifen. Und hier reicht es, wenn man in bestimmten Bereichen ist. In Unkreisstand. Das finde ich gut. Ehrlich, das finde ich richtig gut. Amorio, bleibst du denn? Es ist doch langweilig, wenn du mal um die Stadt fährst. Es ist doch langweilig. Bored. This is boring. Ich glaube, wenn du mal um die Stadt fährst. Ich glaube, es ist doch langweilig, wenn du mal um die Stadt fährst. Ja, komm. Komm, 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 komm. Äh, wir nehmen den hier. Sieht wie ein GT40 aus. Von daher nehmen wir den. Ich bringe den Wagen, den man sich feststellen kann. Wow, 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 wow YCityFM, wisst ihr ja, höre ich ganz gerne. Frage mich ja, wo er gerade bleibt. Aber ich würde sagen, gewonnen habe ich ja eh. Nein, guck mal, wobei, wie weit der Team so hübsch liegt. Gewonnen! Jo. Rotlandung, immer erster. Okay. So, ich würde sagen, da müssen wir die Fragen nie wiedersehen. Das hoffe ich nicht. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein, ich habe schon wieder eine ordentliche Zeit aufgenommen. Und, ja, bebebe, bebe, bebe, stehen bleiben. Jo, danke schön, danke schön. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe euch hat das Video gefallen so wie das ganze Projekt Wenn es euch gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet Ihr würd mich echt damit unterstützen Und ich krieg auch kein Geld pro Like Wer auch immer diesen Spannend erzählt gehört Gesteinigt, gehängt, glünscht und gepeiligt Und oh Tony Alles klar und ich würd sagen wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder Bis dahin Freunde